Hallo, ich bin Frederik Lauf. Ich hatte mal einen Hasen. Ich bestreite Tellereis. Hey! Das wollte ich. Hier nimm noch ein anderes, so Erdbeer-Dings oder so, ist auch voll lecker. Wenn, dann nimm ja nur das Beste vom Kuchen. Es ist schon komisch, dass es scheinbar leichter ist, zu vögeln, als mit jemandem Asia-Food zu essen. Es gibt doch noch Leute, mit denen es ist leichter Asia-Food zu essen, als zu vögeln.